Wie kommt meine Stimme durch das Mikrofon und dann durch das Radio bis zur Antenne? Das schauen wir uns hier an. Wir beginnen mit einer Beschreibung der hörbaren Frequenzen. Wenn Gitarrensaiten in Schwingungen versetzt werden, vibrieren sie und damit die Luft um die Saiten auch. Die Vibration der Luft breitet sich wellenformig aus und erreicht unsere Ohren. Wir hören dann die gespielten Noten. So ähnlich geht das bei unserer Stimme. Die Länge unserer Stimmbände bestimmen die Tonhöhe des Grundtons unserer Stimme. Der Grundton der Stimme liegt bei Männern um die 125 Hertz, bei Frauen 250 Hertz, bei kleinen Kindern etwas höher 440 Hertz. Das ist Schall. Wir sagen aber dazu Niederfrequenz oder NF. Das sind die periodischen Schwingungen oder Wellen mit einer Frequenz zwischen 3 Hertz und 30 Kilohertz. Ein Mikrofon wandelt Niederfrequenz, das ist noch Schall, in entsprechende elektrische Spannungsänderungen um. Das speisen wir in das Radio ein. 3 Hertz bis 30 Kilohertz heißt die Anzahl der Vibrationen liegt zwischen 3 und 30.000 Mal pro Sekunde. Die Einheit Hertz kommt von Physiker Heinrich Hertz. Wir können den Weg von der Stimme zur Antenne so darstellen, wie in diesem Diagramm. Von links nach rechts das Mikrofon, das Radio, die Antenne. Da wir entscheiden wollen, auf welche Frequenz wir unsere Stimme mit dem Radio senden, mischen wir unsere Niederfrequenz zusammen mit einer Wechselspannung, die auf der von uns erwünschten Frequenz schwingt. Die Letztere wird von einem Oszillator erzeugt. Wir nennen sie Träger oder Hochfrequenz. Das passiert in einem Mischer. Wenn wir uns genauer anschauen, was in einem Sender passiert, können wir das Ganze so darstellen. Links das Mikrofon, unten ein Oszillator. Das ist ein Schwingungserzeuger. Der Oszillator erzeugt die Frequenz, die unser Signal tragen wird. Also die Trägerfrequenz, auch Hochfrequenz oder HF genannt. Hier handelt es sich um eine elektrische Wechselspannung. Die Frequenz, die hier gemeint ist, bedeutet, wie oft sich pro Sekunde die Spannung verändert. Dann finden wir einen Mischer. In den Mischer speisen wir unser Signal ein. Zum Beispiel die Niederfrequenz von Mikro. Und mischen diese mit der Hochfrequenz vom Oszillator. Dann einen Verstärker, weil die Leistung vom Oszillator sehr gering ist. Zum Schluss die Antenne. Darum sagen wir, dass durch Modulation Informationen auf einen Träger übertragen werden. Informationen werden durch Modulation auf einen Träger übertragen. Beim Empfänger funktioniert alles anders herum. Die Information wird vom Träger herausgezogen und geleitet, zum Beispiel zu einem Lautsprecher. Das war's. Danke für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020